wieder auf den tisch so steht hier make sure work area is clear before turning on pumps irgendwelche pumps optionale mission das vorratslager untersuchen handwaffe zur medizinischen hilfe also noch nicht gehört nur so kleine connection los ist da zu station 2 sogar vielleicht können wir hier weiß der arktische anzug wurde freigeschaltet wird gebrochen hier die ich mal an und es ist richtig neues aus abzuschauen zu das ist ein kleines feld sogar es geht ich glaube der war ich glaube dass sie das ist ein bisschen es die mummischen von jedes die ganz anders aus oder da war ich wahrscheinlich sehr anders aus der aussieht der wollte man hat so was am kopf ich bin der wo ich die boi kummer wie ich aussehe ach so bei mir bist du da schon hingepächt ich habe so einen roten anzug mit so hinten kommen ich glaube mein sucher bot hat wieder was gefunden ich höre nur den untertitel hörst du was hallo jetzt jetzt höre ich was nicht sam hier ist dr serrano hören sie sie müssen in der richtung ein zerstehen sie mich ich lebe mich davon ab was doc wessen leben von allen gehen sie sam jetzt sofort da kommen da kommen verlassen sie nicht oh god ich werde es versuchen doc wir müssen alle vollkommen werden machen sie vollkommen machen sie vollkommen machen sie vollkommen ja gut so was hier hier geht es nach oben schreibt es doch mal in die kommentare to the surface let's go dragons let's go oben ist er je ist der typ hier noch am leben hier sind wir wieder komm her du arschloch ne test dead 100% sonst hätte er sich ja mal bewegt ich habe ihm doch mal die Straße gegeben egal lass mal weiter ja raus hier jetzt haben wir ja keine kaltatur verlassen mehr Ausgang der Wegstatt zu Ausgang der Wegstatt zu so so du kannst weg runter weiter ey fuck alter was ist hier denn jetzt los das ist halt auch so ein bisschen der lebt doch weißt du kommt erst mal drei jahre nichts man geht und geht und geht und geht dann sind sie wieder komplett und übertreiben das gehört einfach dazu ne damit man sich auch mal wieder erschreckt so jetzt hier ja ach jetzt funktioniert auch unsere ortung wieder hier sind die fackeln hey du musst hier hin ja ja ich bin unterwegs Kollege hier sind Häuserle hier sind Häuserle hier sind Häuserle Security Checkpoint hier denn alter test der Kerl was ist das jetzt pass auf hä jetzt haben sie uns gewischt egal weiter gehts jetzt geht's ab ich hoffe ich hoffe es kommt wieder die Sequenz mit dem Riesen ich hoffe nicht bleiben Sie nicht an der Felswand hier kann man nicht runter hier ist die Felswand ok da geht's ab man kann so eklig sprinten vorsicht da bahnt sich Wasser an ich hab so viel Schiss halt da wooaah woooaah woooaah abwag hä ach da unten oh ich hab das da oben ich dachte da hängt jemand dran ich kann keine Medi-Pack Mittel mehr auf oh diese Mühbel oh der lebt noch Links Übel ist das No-Typ der nicht tot geht So jetzt erst mal hier schön die kann sich auch irgendwas hier von Geld kaufen aber ich weiß gar nicht was genug weißt du Inventars voll ja hab ich jetzt auch wir müssen mal an der Bank was ablegen so ja ok Scheiße drauf auf die Medikin also jetzt nächstes Mal haben wir die Chance dazu haben ja der Sucher müssen wir auch wieder abholen den kleinen Scheißer und sonst klein 2D 2R wow 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 dead? ne das ist übelst geruckelt wow wow hat geruckelt also nicht mein PC sondern der Ziel naja schon kapiert jetzt gehts wieder los oder was ich halte man eh schon mal bereit wow jo hey du wusstest mach wow jetzt ist es die ober Zeit wow nice job ich frag mich immer ob du das gleiche siehst wie ich ja ja wir sehen genau das gleiche so du bist jetzt auch ich sozusagen ne ich bin ich du manchmal bin ich auch du machst du grad die Tür auf von unten ja jetzt bin ich oben wir haben verschiedene Sicht ja manchmal sehe ich aber das was du siehst das ist verschieden ne manchmal sehe ich dein Charakter manchmal habe ich so eine Side Story jetzt haben wir ja zusammen die Tür so aufgeballert ist mein Helm kaputt hast du auch so ein warte mal hast du auch so was geiles am Helm ich hab recht so ein kleines Lichtchen ja da unten ist Celle leuchtet wie an Weihnachten jemand scheint den Saftang gedreht zu haben oh niceer Ausblick ja krass und die Sonne so da hinten ist so lang wie sind wir überhaupt was welch Planeten keine Ahnung vielleicht sind wir auf dem Todesstern oh fuck ich mach da ganz gemütlich die die Packers auf alter wo 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 ich kann keine Munition nix aufnehmen ja ich bin gleich weiter hä hätten sie aber echt so eine extra Tasche machen können oder stein sie leise auf dieser Seite der Wand sitzen wir quasi auf dem präsentiertrenner krass sie ist da drin aber wir werden sicher nicht durch die Vordertür rein gehen warum nicht jetzt müssen wir hier irgendwo hoch da links ist so ein hier ist so ein Aufzug da muss man hin genau ich gehst geht er höh hier hier ist eine Tür wow die Quells hey was damit eins klar ist klar wir kamen zu diesem zugefrorenen Scheißhaus um den Marker zu stoppen und nichts weder sie noch ihre Besessenheit von Allie kommen mir in die Quere kapiert ich weiß hey du Arsch bringen wir den Aufzug wieder zum laufen war das bei dir auch so leise warten die anderen hinter den Turmen auf uns ja du bist ja auf jeden Fall bist du ein Wichser hier ist ja hier ist eine Bank hier ist eine Bank den Aufzug ist mir wieder zu laufen die ganze Zeit F ganz schnell durch so hey zwei Sucher Bots sind zurückgekehrt haha meiner und deiner oder nicht nö normalerweise kann ich deinen ja nicht cool wir können jetzt eine Energiekanone bauen boah wieviel Scheißdinger ich darf ein Superbot ist bei mir zurückgekehrt schade du hast voll Arschloch Waffe herstellen ne ne Energiekanone ich kann keine Energiekanone wie denn ne Ahnung das ging bei mir hast du die gebaut? hier und da kapier ich das Spiel ich hab ne einfache Strahlenkanone kann ich herstellen ja irgendwie sowas das sind die jetzt ach da du hast die Energiekanone ne die kann ich nicht ich stell mal ne neue Waffe her kompakter schwerer Standardarm und sie mit exklusive Kanister abfeuert krass was da ist eine Hilfe schade reicht nicht rausladung ok egal brauche ich die da dran so Hydraulikantrieb Militärantrieb Feuerrate so mal sehen was das Ding kann ohja ich freu mich auch mal was die Waffe jetzt kann so ich hab noch drei Medipacks ich hab jetzt mal ein bisschen wieder äh Dings frei gemacht fertig so ich nehm die Waffe raus weil die kenn ich ja schon ach ich kann die auch hier reinpacken jetzt kann man drei Waffen insgesamt mitnehmen ja ja wusste ich gar nicht wenn man aber dann kann man den Suchabot glaub ich nicht mehr mitnehmen oder so ach ne dann wurde die in safe abgelegt ach ne ach so so jetzt laufen jetzt zwei Suchabots rum da geht das ne hab ich falsch gedacht so das ist die Waffe die ich hergestellt hab ja dafür packe ich die weg hi oh das kann ich den Suchabot halt nicht wieder mitnehmen was man automatisch den Suchabot ne normal ist er automatisch ja so das ist meine neue Waffe die hat übelst wenig Schuss oh uuuh geht aber ab guck mal schau ich mal die macht halt solche Feuerball also für Mast hier guckst du hier oh chillig cool ja siehste wahrscheinlich haben wir immer so verschiedene Waffen bekommen weißt du ja so der Dings tut auch wieder also können wir mit dem Fahrschilder hoch so ne Suchabot was ey ich hab auch zwei Suchabots ja siehste komisch warum kriegt man die auf einmal weißt du ja einfach ein Zusatz aber ich kenne ich mich halt mit den Waffen nicht so richtig gut aus weißt du wie man die genau herstellen muss und so nee wir beide nicht du musst ein Stück weiter ach so ne bei dir geht bei mir ging das nicht ich musste immer so ein Stück ja aber mir auch erst nicht aber dann ach so ja ich musste da so ein Stück weggehen aber das wird immer noch meine andere Lieblingswaffe sein diese eine die alte so die Schrotter sequels echt doch alles klar hä was eh nein dankeschön gut den Fahrschild können wir vergessen wie sie immer gefoltert werden boah jetzt ist es auf die Dinger schießen ja Da oben! Ja. Boah. Scheiße. Scheiße. Halt. Tötet mich übelst. Ja. Abgeschossen ist der. Oh, fuck. Ich versuche abzuhauen. Ich krieg nix hin. Oh, Gott, ey. Läuft er nicht auch an? Ja, jetzt. 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 Auf den Dingball landen. Oh, fuck. Da ist es. Ich versuche eine andere Waffe reinigen. Höh? Der wurde auch gestachzt. Ja, wenn er seinen Jump macht, ist es egal. Lass das Ding wieder. Zwei solche Dinger. Ich kann ihn leider nicht töten. Du bist tot. Ich versuche auch mal eine andere Waffe reinigen, glaube ich. Jetzt. Immer wenn er diese Dinger raus hat, muss man schnell... Boah, dagegen kannst du nix machen. Ne, ist schwierig. Jetzt die Dinger. Ja, ich krieg's auf den Dinger. Die sind kaputt. Oh, Gott, man kann nichts machen. Das ist doch kacke. Ich bin zweimal hintereinander geboxt. Ja. Vergiss deine Milchkitzung. Naja. Keine Stase im Moment.